Irgendwie, irgendwie hab ich das Gefühl, dass es mit der deutschen Wirtschaft nicht mehr so richtig läuft. Das, mein lieber Kalle, ist aber bloß ein Gefühl. Genauer gesagt, dein Gefühl. Und dein Gefühl hat mit der Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun. Tun, das ist richtig. Es wird zu wenig getan. Wir müssen wieder mehr anpacken und weniger diskutieren. So nach dem Motto, zuerst zupacken und dann erst denken. So moin ich das nicht. Pass auf ein Beispiel. Über einer Brücke, also schräg über die Brücke, da liegt ein Baum. Dann kommen zwei Philosophiestudenten mit dem Fahrrad hinterhergefahren und diskutieren so lang, stundenlang, ohne irgendwelches Ergebnis, was zu tun wäre. Dann kommt ein Handwerksbursche mit seinem Fahrrad hinterhergefahren, sieht den Baum, lupft dann auf die Seite, hockt wieder auf sein Fahrrad und fährt weiter. Sagt der eine Student zum anderen, natürlich, mit Gewalt. Ja, ja, jetzt, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja. Richtig. Wo das noch Lehrling geholfen hat, da haben wir mehr Azubis. Aber, aber weisch, wir brauchen nicht bloß Leute, die uns den Weg freiräumen, sondern auch Leute, die uns den Weg weisen. Also zum Beispiel Unternehmer und Politiker. Manch einer von denen wäre aber in einer Backstube besser aufgehoben. Zweifelst du etwa an der Qualität unserer Elite? Nimm mal allein die Führungsriege bei der Post. Keine Ahnung von Preisgestaltung. Stell dir vor, die verlangert für eine 70-Cent-Briefmarke. Exakt 70 Cent. Da frag ich dich, wo bleibt denn da der Gewinn? Ja, ja, aber das ist einfach. Pass auf, eine 70-Cent-Briefmarke, die ist für einen Standardbrief von 20 Gramm. Da aber viele Briefe ja viel leichter sind, liegt also in der Differenz zwischen dem Höchstgewicht und dem Realgewicht der Gewinn der Post. Oha. Hast du das noch gar nicht gesehen? Ja, ja. Sag ja, denke, weil das mit dem Fühlen kann nicht hochgehen. Ja, also so wie du mir das gerade erklärt hast, ist das völlig einlichtet, gell? Ja, ja. Aber so gefühlt, gefühlt stimmt in deiner Argumentation irgendetwas nicht. Ja, ja, denk halt drüber nach, es wird doch schon kommen. Ja, 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 ich denke, ich mach jetzt mal die Insage. Ja, ja, ja. Hochwertes Publikum, meine Damen und Herren, hier in der Meulesmühle und liebe Zuschauer zu Hause daheim. Heute stehen bei uns auf der Bühne Michel Müller, ein begnadeter Komiker aus Franken, der Sie mit seinen Erlebnissen beim Doktor erfreuen wird. Und dann Hillus Herztropfen, so nennt sich das Duo Hildrud Stoll und Franz Ober. Die waren in der Kirche. Und dann für unseren musikalischen Teil, wie immer, sorgt Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle. Ich glaub, dass Betriebswirtschaft und Gefühle überhaupt nicht zusammenpassen. Also, aber Wirtschaft und Wissenschaft, das passt eher. Ach komm, her rauf. Aber so ein Wirtschaftswissenschaftler, das isch einer, der kann dir morgen genau erklären, warum das, was er gestern vorausgesagt hat, heute nicht eintroffen ist. Das stimmt, das stimmt. Und wenn mit der Braunkohle irgendetwas net stemmt, dann, ja, dann zahlen wir die Zeche. Ja, aber die brauchen wir, sonst langt uns der Strom nicht. Und ohne Strom, da fährt das E-Auto nicht. Das ist halt immer wichtig, was hinten rauskommt. Und dass hinten nichts Falsches rauskommt, steckt der Staat den Automobilbauern hinten etwas hinein. In den Auspuff. Richtig. Weil mit Subventionen im Auspuff, da funktioniert der Feinstaubfilter. Genau. Ja, und damit unser Vorhang aufgeht, mein lieber Freund Albin, wirst du jetzt diese Kurbel drehen. Ja. Ja. Ich kurble mit der Kurbel nicht die Wirtschaft an, das kann ich nicht. Denn Vorhang öffne ich mit ihr, damit der Michel Müller hier das Zwerchfell euch nun strapaziert. Und schön wär's, wenn ihr applaudiert. Applaus Vorhang auf. Ja. Seid ihr gut drauf? Seid ihr richtig gut drauf? Ja. Da merkst du halt, das ist ganz andere Stimmung, wie zum Beispiel beim Doktor im Wartezimmer. Ja, jetzt sind wir doch mal ehrlich, beim Doktor im Wartezimmer, das ist ja auch so ein Auffangbecken, oder? Pah. Ey, was du da für Leute triffst. Ey, wenn sie schon reinkommen, nicht grüß Gott. Man sagt ja grüß Gott, wenn man irgendwo rein geht. Aber da kommen sie reisachen und grüß Gott, hocken sie hier, nehmen sich eine Zeitschrift. Da weißt du schon, ach, die möchten nicht gestört werden. Obwohl ich nehme auch immer eine Zeitschrift. Als Mann, ha? Als Mann im Wartezimmer nimmst du doch immer eine Zeitschrift. Schon beim reinlaufen, man guckt gleich immer durch. Ist sie da? Ist sie da? Ist sie da? Die Zeitschrift, wo man sich der Hemd nicht traut zu käffen. Die Men's Health. Diese Apotheken-Umschau für Männer. Men's Health. Mit diesem Muskelbrotze vorne drauf. Trau ich mir der Hemd nicht zu käffen. Im Supermarkt. Ey nimmst du so Men's Health mit. Ja, du musst mit dir noch an die Kasse. Die Kassiererin hab da. Fehlte noch ein wenig was, gell? Aber im Wartezimmer liest man es auch immer durch. Men's Health. Da stehen interessante Dinger drin. Da sind ja so Flirt-Tipps für Männer. Weil du kannst ja als Mann so viel verkehrt machen beim Flirten. Das ist nicht wie früher, dass du hingehst. Na Schnitter. Schon belegt. Geht nicht. Du sollst auch eine Frau niemals frontal anflirten. Sondern immer von der Seite. Und dabei aber der Frau immer tief in die Augen schauen. Wie geht denn das? Gut, wenn sie schielt. Aber das steht da drin. Flirt-Tipps. Dann sind so Reportagen drin. Über diese ISS, diese Raumstation. Da haben sie jetzt Bakterien entdeckt auf dieser ISS. Jahrzehnte schießen sie Astronauten auf. Jetzt merken sie, sie haben die Butzfrau vergessen gehabt. Hallo? Jetzt haben sie gemerkt. Jetzt haben sie nochmal nachgefragt. Cape Canaveral. Die war schon im Seniorenheim. Aber das steht da drin. Dann so Studien. Jeder zweite Ehemann steht nicht bei der Frau im Bett. Sondern bei der Geliebten. Wundert mich nicht. Weil bei der Geliebten strengt sich ja an. Das ist ja... Da machst du keine 0815 Nummer. Aber das steht da drin. Studien, Reportagen, Flirt-Tipps. Dann so Fitness-Tipps. Die stehen meistens schon vorne drauf. Six-Pack in vier Wochen. Wo ich mir sag, wenn ich ein Six-Pack will, geh ich in einen Supermarkt und käff mir einen. Hallo? Aber da war ich da in diesem Wartezimmer drin. Ich weiß jetzt gar nicht, weswegen ich nicht beim Doktor war. Na, weil ich geh schon mal gar nicht gern zum Doktor hin, gell? Und dann ist es mittlerweile so, gell? Der Doktor jammert ja mittlerweile mehr, wie man selber, gell? Das ist ja allgemein bekannt, gell? Hausätzesaffen. Das ist ja Grundwissen, gell? Hausätzesaffen. Ja, ich kann's versteh. Bis jeder kommt rein, zieht sich aus. Ha! Da brauchst du schon mal Maria Grun zwischendrin. Das kann ich versteh. Ey, was die sich so tagsüber abgelassen müssen? Ich mög's net seh. Ich mög's net seh. Na, war doch in der Zeitung dringestanden. Da ham sie doch aus ner Hausarztpraxis nachts um halb eins die Putzfrau Rotz besoffen rausgeholt, weil die das Randalieren angefangen hat. Weißt, hat die schon geputzt. Citolin. P-p-p-p-p. Nebenbei noch das Schnapsdepot vom Doktor entdeckt. Hat die sich zusammengerüstelt. Hat die das Randalieren angefangen. Der Doktor war stinksauer. Net, weil sie randaliert hat, aber die hat keinen Schnaps mehr übrig gelassen. Der muss am nächsten Früh nüchtern an die Sache ran. Der war am Abend fix und fertig. Den ham sie ins Krankenhaus einliefern müssen. Der war noch auf der Drache gelegt. Hat noch gerufen. Net in des Krankenhaus. Ich kenn den Doktor. Der säuft auch. Ja, Hausärzt saufen ja noch mehr. Hausärzt und Kliniker sowieso. Kliniker, die saufen ja noch viel mehr. Kann ich auch verstehen. Ey, ein Klinikarzt. Ey, 178 Stunden am Stück sind die am Rödeln. Da brauchst du mal n Schimpim zwischendrin. Und dann sind es ja mittlerweile Ärzte an den Kliniken aus Russland, Polen, Tschechei. Also lauter so Länder. Gib ihm! Ja, die operieren dich. Blinddarm. Obwohl du wirklich in den Mandeln drin bist. Ja, war doch in der Zeitung drin gestanden. Ein Arzt hat operiert mit 2,4 Promille. Und da hat der noch gesagt, das war bloß Restalkohol. Ja, mit wieviel Promille hat der dann am Vordach operiert? Die operieren dich. Die treffen sich draußen am Gang. Und? Wie war Operation? Was Operation? Ich hab gedacht Obduktion. Ja! Die operieren dich. Da passieren diese Behandlungsfehler. Da fällt das Handy rein. Ach, ist auf stumm geschaltet. Na, henn wir zu. Ja, du kommst hemm. Der Doktor kriegt den Anruf. Geht's Garagentor auf. Hallo! Ja, die operieren dich. Die stehen am nächsten Früh vor dein Bett. Und? Alles gut? Ja, nix ist gut. Die Mandeln sind ja noch drin. Aber sonst alles gut. Also wenn ich ehrlich bin, fühl ich mich beschissen. Ah, Stuhlgang auch schon. Ha! Ich hör auf in diesem Sinne. Vielen Dank! Ja. Michl, Michl. Hat dein Doktor dein Programm schon mal gesehen? Ja, seitdem hab ich einen neuen Doktor. Das glaub ich aber. Der hat vier Wochen nicht mehr mit mir geredet. Und jetzt bin ich beim Heilpraktiker. Das ist geil. Na, ist auch viel besser. Da muss man sich gesund ernähren. Gesund trinken. Immer einen Schoppen. Genau. Ein Schoppen. Ja. Ja, genau. Ein Hafen voll Wein ist das. Frauen wollen immer zum Schoppen gehen. Ich hab immer gerne eine Weinprobe. Aber die wollen immer einkaufen. Aber trinken ist besser. Das Schoppen trinken. So, dann kriege ich doch was zum Trinken. Dankeschön. Was? Mein Doktor. Mein Doktor. Der hat ja neulich mit unserem Malermeister geschwätzt. Und dann sagt der Doktor zum Malermeister. Sie hängt so leicht. Sie brauchen ja bloß abkratzen. Und dann können sie es schaffen. Dann sagt der Malermeister. Sie hängt es noch geschickt. Aber ich kratze sie selber ab. Die gehen auch nachts über den Friedhof und schauen, wer nicht mehr kommt. In Ventur. In Ventur. Genau. Du, solange der Michel geschluckt, könntest doch du mal den blöden Witz erzählen, Kalle. Nein, das kann ich nicht. Das mach ich auch nicht. Weil das die Stumpfes machen. Auf, Buben. Verzählen den paar blöden Witz. Ein, zwei, drei. Achtung, Achtung. Jetzt kommt ein Blöden. Die Tombola beim Neuenfest. Der Nobbe hat voll Glück. Er gewinnt auch gleich den Hauptgewinn und nimmt die Klobwurst mit. Ein paar Tage später wurde gefragt, ob Wurst auch funktioniert. Die tut mit Zau doch eigentlich nimm eh lieber Papier. Auf, Buben. Auf, Buben. Er ist fällig mal der Papier. Der Nobbe, der Nobbe, der Nobbe, der Nobbe, der Nobbe ist. Der Nobbe, der Nobbe, der Nobbe, der Nobbe! Jetzt tust du noch noch Bild ohne. Er schreit noch sein Weib ganz barsch. Der Blinde meint, so fällt des Maul und dacht am Ende aus. Der Blitwitz, der hat doch Blitwitz. Der Blitwitz, der hat doch Blitwitz. Wer kann stehen? Der Blitwitz, der hat doch... Flex! I ruf Gächt beim Kurt an. Da gatt sei Bibeln an. I frag ganz brav, ich spabe und hab Mama den et da. Doch die sehn grad in der Schlafstube, seht mir der kleine Mann. Oder im Bad, ich weiß nicht recht viel später noch mal. Sie gatt des Feine zwei, drei Mal, doch i verwisch se nie. Der fragt, buh, was dehn die denn? Er seht, die sucht nie. Der Blitwitz, der hat doch Blitwitz. 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 Ja! Dankeschön. Du, Karl, so wie der Michel Müller war ja auch der Hermann neulich beim Doktor. Hermann, ha? Ja. Da seht der Doktor, Jösses, wie kommt denn der Holzsplitter in ihr Zungen? Seht der Hermann, du hättest neulich da Handetriebe auf der Holzthege einen Schnaps verschüttet. Ja, das ist typisch Hermann, der lässt ja kein Tropfen her. Letzte Woche hat mir der Jörg erzählt. Da hat er den Hermann ziemlich stark schwankend heim begleitet. Und da wechselt dann der Hermann, außer sehr, eine Dame angrempelt. Und die hat ihm spontan links an der rechts an den Goschner gehauen. Da seht der Hermann bloß. Hoi! Wie ist er da hoi? Das sind dann Gefühle der anderen Art. Wie meinst du das? Na ja, wenn der Tabak brennt, weil du einen in Goschner gekriegt hast. Kirsten hat er ja auch wieder einen gefangen. Aber von wem? Von Bernhard. Der Bernhard war doch jetzt eine Woche lang auf der Geschäftsreise. Ja ja. Kirsten waren wir geschwänd auf ein Bier da. Ah ja. Und da hat er seinem alten Freund, Hermann, noch in den Goschner gehauen. Ja. So denn des? Der Bernhard sagt zum Hermann. Jankir, du hättest letzte Woche mal eine Frau getroffen. Sagt der Hermann. So, die hat mir deinen neuesten Witz erzählt. Ah. Sagt der Bernhard. Wie war er? Sagt der Klasse, Klasse, Menschen, Menschen. Vor Lachen aus dem Bett gefallen. Also du, dass wir jetzt nicht aus dem Rahmen fallen, wird das Beste sein. Du machst den Vorhang auf. Ah ja. Gefühlt. Gefühlt hat es hier 30 Grad. Gefühle sind nicht akkurat. Gefühle sind nicht sehr präzise. Gefühlt hab ich die Anneliese. Doch die Gefühle andere sind. Besser ischt ich kurbel g'schwind den Vorhang auf mit viel Gefühl. Damit beginnen kann das Spiel. Vorher auf für Hilus Herztropfer. Jetzt komm da her und gäng in den Bank rein. Gäng du zeigst, na, i will von a na. Nic, du hast doch letztes Mal zerst rein will. Na, i hait will i von a na. Prima. Ja, gehst doch heit. Und i sie auch nehmt. Ja, gehst doch heit, wie glaubst du? Ja, und wenn i der Pfarr reinzieht, kommt bei mir keine Andacht auf. Ah, warte. Bei mir isch die Andacht ewe gleich. Und wenn der Pfarr mit Prediger anfängt, schlaf ich sowieso ein. Heit wird i g'schlafen, das gehört ihr sagen. Was? Mathild hat neilich im Bachhaus zu mir g'sagt, du dürbst alleweil in der Kirche schlafen. Ja, heitze. Und du dürbst so zähmen g'schaffen da aussehen. So sieht's aus, genau. Mathild isch a g'scheiter Frau. Ja, warte, Junge, g'scheiter. Ah ja? Du isch schon in der Schule einfältig gewesen. Ich mag die Mathild gerne. Ja, du hättest die Halle durchgenommen. Ah ja. Nachher isch ma ewe g'scheiter. Hey, Mathild. Was hast du denn? Was hast du denn? Meist du mein Gnuikieserle? Für ein Gnuikieserle? Na meis. Nimm halt das Gnuikieserle. Wieso? 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 Da, wenn wir zur Kirche reingekommen sind, da isch so a Gnuikieserle g'leerge. Ja, des hat so a schmegeles braune Farb, des g'heht. Wie unser Sofa daheim. Das isch heuligs meine. Jetzt ham er's. Weisst, den Stoff hau ich doch von meiner Oma, gell? Jetzt eh gut. Ja, und vom Sofa überzogen, und vom Rest hau i noch so a Gnuikieserle gemacht. Ach, Freilie, hau koi Wondermäichtelet, unser Sofa so nach Oma. Mei Oma haute g'mäichtelet. I sag doch nix, i mei doch bloß. I sag doch nix. Ja, i sag doch nix. Komm, jetzt hol mir des Kissende. Wieso denn? Weil mir sonst wieder den ganzen Tag neu beidend. Glaubst du, wenn der nur mal goschweide? Da war. Sag amal, wen fang denn der Pfarr mit der Kirche an? Der wird nicht fertig, was seh? Und ich so den Frischoppen, weiss? Halt den Maul! Doch, war, heu! Der Baste hat doch schon angefangen mit Orglen. Herr Schittin! Mann, ma orglet der? Amal, war der Orglen in der Orglen natürlich. Sag amal, der orglet hau wieder einen Hennenscheiss zusammen. Du, der kann nicht orglen, aber den lassen Sie ewe spielen. Freilich! Ewe, ewe! Der Baste orglet schon heu! Katastrophisch des! Der orglet immer, bis die Kirche aus ist. Warte, das weisst du falsch. Das heisst, solange man orgelet, ist die Kirche aus. O, sei Gott, wir loben dich. Glaubst du, schreit doch heutzut? Da kleppert ja meine Zähne im Maul. Jetzt bin ich doch helling auf der Welt. Nein, das ist aber auch neidig. Jetzt halt dein Maul, jetzt kommt die Litanie. Ja, genau, was isch denn? Sag mal, mein Gesangbuch, sag mal, hebe mal. Sag mal, ich hau doch ... Jetzt lass mich, ich hau doch das Gesangbuch. Wieso hast du jetzt den starren Rauchfleisch mit in die Kirche genommen? Du lieber Gott, jetzt hau nicht daheim beim Kochen das Gesangbuch ins Kraut legen. Du bist in der Kirche? Ja, ich hab's Anę Karausel her. Nein, wir haben nicht stürmen. Wir räzieren ja pick' da. Ich pressier doch bitte das. Ich pressier doch bitte das. Ich pressier doch bitte. Ja. Ich pressier doch bitte. Ich pressier doch bitte das. Ich pressier doch bitte. Ich pressier doch bitte. Du messier wieder. Ich pressier doch bitte. Oder was? Aber ja, da komm ich ja im ganzen Flecken rum. Das kann sein. Aber ich moe eher ... Das fällt beim Pfarr unter das Beichgeheimnis. Ja, jetzt halt noch zum Mul. Jetzt gib ein bisschen Ruhe, ein bisschen mehr Andacht. Die Frau macht weiter. Hast du die Beigleise ausgemacht? Was für eine Beigleise? Ja, eins eine Beigleise. Haben wir eine Beigleise? Weil wir eine Beigleise haben. Seit wann haben wir eine Beigleise? Hast du gewiss, dass wir eine Beigleise haben? Aber der nicht. Guck, wieso weiß der, dass wir eine Beigleise haben? Das geht Ihnen, alter Scheiss! Wieso weiß der, dass wir eine Beigleise haben? Wieso weiß der, dass wir eine Beigleise haben? Aber der weiß, mit meinem Geld hab ich's gekauft. Ich weiß nicht, dass wir eine Beigleise haben. Ich glaub, steht nicht da wo. Wart's schon aus sein? Ja, wenn's nicht aus ist, ist nicht so schlimm. Unsere Feuerwehr hat schon lang keinen Einsatzmeid. Du bist doch eh ganz recht. Wieso? Jetzt hau ich gestern Fenster geputzt. Was, wenn wir die Feuerwehr wieder die Fenster verspritzen? Ah, ja! Jetzt komms nicht um einander und bist ruhiger. Betisch lieber an heiliger Sankt-Florien verschon mein Haus zu Ende an. Du führst doch keine Sende, oder? Ja. Die holen den Teufel mal die Pfandweis. Ja. Bissle meine Andacht. Ja. Ich nehme ihn. Pass auf, der Beidl kommt. Wer kommt? Der Beidl kommt. Wo ist der Herr? Der kenn ich gar nicht. Der Klingelbeidl kommt. Der Beidl? Ja, der Beidl. Ach so. Werf doch etwas rein. Wieso? Ich hau doch am Sonntag nie ein Geld. Wir gebt mir nie ein Geld. Werf mir das ein Jahr in den Frühschuppen. Verstehst? Werf Geld rein. Ja, also. Was ist heute für ein Sonntag? Wie? Silberner Sonntag oder Scheinwerfersonntag? Ich muss sagen Silberner Sonntag. Werf eine Münze rein. Das reicht. Ich werf zwei rein. Ja, von mir aus. Ja, dann hat man das gekleppert. Ja, genau. Weisst du, wir machen ein bisschen. Jetzt hast du. Genau. Ja. Ich gib zwei dahinter. Ja, natürlich. Meiers werfen nichts rein. Ich guck schon gar nicht mehr hin. Oh. 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 Heiliger Schulzer-Malli, seh du i gut aus. Lass mich gaufelt. Geh mal wieder nomm. Seit wann gefallen dir rote Haare? Schon immer. Mir gefallen immer schon rote Haare. Ja, aber da heut auf der Malli's ihrem Creme da oben. Ja. Sag mal, wie lang tut der Pfarr noch? Da musst heut sein letztes Mal so den Friesch oben. Sei doch still, glaubsteis. Du kommst schon noch enthell. Das weiss ich. Wenn ich weiss, dass du da hinten kommst, dann gehe ich freiwillig danach. Herr, wir preisen deine Stärke vor dir nahe. Und bewohnt dann deine Wolke. Ist aus, ich hör aus. Jetzt kommt der Weihwasser. Du fahr mit dem Weihwasser zum Särger. Bringt der schon wieder ein Wasser? Jedes Mal ein Wasser. Der kann doch auch mal ein Bier bringen, oder? Reicht doch einfach. Ewe Wasser. Wie es sich wohl mein Gesangbuch im Kraut kalt. Das isch mir egal. 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 wir sind mit der zeit um also zeit für mein schluss gedicht wie machst du das eigentlich dass ich es bei dir immer reimt ja das ja einfach nicht also der hände muss gleich sei beispiel glaubt nicht alles was ich sag sonst trifft ich noch der schlag lieber albin dichte nicht sonst trifft ich noch der schlag schon nicht gleich es muss ja auch nicht gleich sein von mir aus in zwei wochen deine deine worte sind gar schlicht zum dichter taugst du wahrlich nicht das ist das war hinten wieder und legt mich am arsch und bleibet gesund jetzt ist ausgerleidung es war grad so heide jetzt war es kein für die nächste feind in der meines müde jetzt war es kein für die nächste feind für die meines müde in der 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 meines müde